Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ja, die Pappen. Ja, wir müssen sicher, dass alles安全 ist. Ja, weil die Körpers sind offen und die Wurzeln sind. Ja, das ist gut. Und es ist sicher, dass du hierher bist. Wie lange hast du das tun? Wie trainieren die Leute? 4 Jahre und Monate. 4 Jahre und Monate. So, wir werden sicher, dass wir eine Safe Ride haben. Ja, es wird. Ja, es wird. Durch die Wurzeln. So, die Leute, wir kommen zum Flying Fork. Für die Wurzeln. Für die Wurzeln. Und das ist Ephraim. Er wird in Stattdorf. Oh, okay. Es ist okay, es wird nicht kommen. So, wenn es öffnet, es wird nicht kommen. Okay. So, ich habe recheckt die Wurzeln. Und sie sind gut zu gehen. Right. In case of any adjustment, du sagst mir. Amma, du sagst mir. Okay. Du sagst mir nicht selbst. Right. Und du wirst hier stehen, bis ich auf die Plattform. Right. Ich komme auf die Plattform. Und ich zeige dir, wie du ziplin. So, bitte beantworte. Right. Okay. Ephraim wird ziplin down first. Wir kommen nach unten. Und hier auf dem Topf, ich werde dich auf dieser Kabel according zu deinen dominanten Hand. Aber erst, ich werde dich mit der Plattform reinged für die Wurzeln. Wir haben jemanden, der ist left handig? Nein. Ich werde dich auf der Kabel mit der Flakbe. Wir kommen hier auf die Plattform. Ich werde dich mit der Flakbe mit der Flakbe. Şube ich den Umgebung. Kalt, der Flakbe. Dann, die Flakbe ist leber. Ich werde dich mit der Flakbe. Du f 하지, diese Flakbe ist leber. Und zu ihr Niemonte, dann mit der Flakbe. Dann, die Flakbe beherrte. Es kann sich um 1.5 cm aufzuhalten. So... Wenn du die Hände wirst, ist das zu 1.5 cm? Nein. Weil du immer aufspannst und du musst... Du musst hier aufzuhalten. Also du musst du den Hände auf dem Hände in der Hände. Ja, auf dem Hände. Ja. Also nicht auf dem Hände. Okay. Dann nach dem Hände, du nach hinten hinweg. Du musst du die Hände aufhören. So dass du du dich weg bist. Dann kannst du den Hände zusammen. Wenn du bereit bist, du dich auf dem Hände. Dann kannst du den Hände auf dem Hände. So wie das. Das ist wie du aufzuhalten. Du gehst fast. Und du machst es all den Weg zu dem Hände. Aber wenn du ziplin sitzt wie das. Du wirst auf dem Hände. Du wirst auf dem Hände auf dem Hände. So, dass du nach hinten hinweg bist. Und wenn du aufzuhalten kannst. Wenn du aufzuhalten kannst. Du fühlst wie du nach hinten. Das ist wegen der Wind. Und das ist sehr normal. Und du nicht zufrieden kannst. Und dann auch du vorstuhlst. Du fährst du das Hand von dem Hände aus. Dann verschlecken die Hand von dem Hände. Du schlägst hier den Händen wieder. Das Ganze ist wieder zu tun. Für die Stil des Hände. Allen etwas Hände von der Hände. Das erste Ding wie ich hier hinten komme. Du man diesen Hände einstellst. Wenn du aufzuhalten kannst. Dann wird die Hände, in die Selle, die nicht anzule lecker. Check die drei Bucke. Make sure du mit dem Hände. Dann wird die Hände auf der Hände. Dann wird die Hände in der Hände. Auf der Hände. Ich habe das erste, dass sie es verletzt. Die letzte S ist für die Zippe entfernt. Ich werde die Zippe entfernt. Wenn die Zippe entfernt, die Zippe entfernt, dann habe ich ein Zeug von E-Frame, um zu verletzten, die Zippe entfernt. Wenn Sie keine Zippe entfernt haben, dass ich nicht meine Zippe entfernt habe, bitte nicht, dass ich die Zippe entferne. Denn nach dem Zippe entfernt habe ich die Zippe entfernt. Das bedeutet, dass Sie jetzt gut sind. Und wenn Sie die Zippe entfernt haben, dann können Sie es möglich auf den Zippe entfernt. Sie müssen die Zippe entfernen. Oder gehen sich der Zippe entfernt, wo Sie痱kriegen haben. Ich nehme das erste, wenn Sie die Zippe entfernt haben. Die Zippe entfernt, ist die Zippe entfernt. Und wenn Sie das ist, dass Sie nicht zu schnellen waren, hat Sie sich das also. Das ist das für ihn, ein Schnelldverschúnliegen. Wenn Sie nicht das Schnelldversch awardschen, wenn Sie die Zippe entfernt haben, Sie müssen die Zippe nach oben hoch ordenen, Sie müssen die Zippe entfernt. Und das ist wie du es nacheinander Und das ist wie du es nacheinander Und das kann man mit dem der Runde So, mit deinem Hand, die immer auf dem Pohle Du kannst es mit einem Öppel Und du kannst es nach dem Treib Du kannst es ruhig 우fieren und es ihr Hande Et du kannst es nacheinander Mal 같이-Gültere, man mit einem Öppel Sie kannst es von dem Pohle Und du kannst es nach dem Pohle die Fohle auf dem Runde ışstrahlieren Du kannst es nacheinander Und dein Hande wird erläutern und du kannst du nicht auf der Runde Du kannst es nacheinander So ist es- Imprensjusch-Pressrahlieren Ja, aber ich werde eine Demo wie Sie auf die Brücke gehen. Ich möchte Sie nach dem nächsten Mal gehen. Das ist wie du breitst, wenn du eine Sign von ihm bekommst. Wenn du nicht den Sign von ihm bekommst, dann nicht breit. Nun, in der Seconde Szenario. In der Fall, in der Fall, in der Fall, wenn du dich schlappst. Immediately, du stoppest. Du solltest du den Dominanz wieder von dem Pulley entfernen. Diese Zeit, du gehst den Kabel hinter dem Pulley. Hold es firmly, damit du nicht zurückbleibst. Dann, mit der Hand, in der Fall, in der Pulley. Finde dich selbst. Das ist eine kleine Grip. Du spielst du schaust und von der anderen Hand, den Você zum Drücken hinter dem. Du schlappst auf den Linen und stammst. Quals 好 funktion? Oder du kannst der letzte Seite. Das letzte Seite. Als ich Sie, die Leute verbrechen. Also ich stande, von der Right Hand und ich die Fichtlinie. Die blonde ist auch nur ein kurzer Weg. Dann, du mit der Seite, die Hand von der Schrappst, du kannst du mit der eine Hand von der Runden. Wenn du die Hand mit dem Hügel schießt, dann schießt. Als du die Hand mit dem Hügel schießt, dann schießt. Dann schießt die Hand mit dem Hügel. Und was sind die Chance für die Hand zu kommen? Es wird auf die Posture verhängen. Wenn du die Posture schießt, dann schießt die Posture. Any other questions? Oder die Kumpel? Ja? Du willst gehen? Okay. Man, du kannst du wartet. Hahaha. Okay. Okay, die Hand mitnacht. Also, deine Hand hat immer auf der Regte. Und du musst den Hügel schießen. Du musst den Hügel schießen. Okay. So, wenn du die Hand mit dem Hügel schießen. So, keine Hügel schießen. So, wenn du die Hand mit dem Hügel schießen. Also, wenn du die Hand mit dem Hügel schießen. Inherst du 양er die Hand mit den Hügel schießen. So, wie soll dein Herz selbe. So genau. So, wie soll ich das sein. So, bevor du das Hebel schießen, dann schießen wir. Also, wenn du das mit miracle, dann schießen. Okay. Ja, ja, ja. Wie war es? Wie war es? Wie war es? Es war schön, ich kann nicht warten. Das war so lustig, wenn sie sagten Sie, auf die Kuhapply Breaks haben. Was hast du gemacht? Ich habe fast genommen, und du musst den richtigen. So, was ist die Kuhapply? So, wir können es jetzt machen. Wow, Leute. Ja, wir sind jetzt in für die Kuhapply. Jetzt ist es der langere Kuhapp. Ja, hier ist die Zip-Line. Oh, hier ist die Kuhapp. Security check. Ja. Du kannst nicht ohne permission. Ja. 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 Hier ist es. Look at that! Look at that! Oh la la! Hier ist es. Wow! So!